Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Livestream. Ich grüße euch, freue mich, dass ihr da seid. Es ist mal wieder soweit. Eine weitere wunderbare Session steht bevor. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch einsoweit sehr gut. Es ist ein sehr, sehr schöner neuer Anblick, an den ich mich auf jeden Fall, denke ich mal, sehr schnell gewöhnen werde. Ihr habt es wahrscheinlich gestern mitbekommen. Gestern ist das Video online gegangen, in dem ihr den Reveal gesehen habt zu Zickzack V5. Es war natürlich etwas in der Luft und ja, es ist grün. Es ist unfassbar schön geworden und es hat sehr lange gedauert. Es wird jetzt nach zweieinhalb Jahren mal wieder neue Cosmetics geben. Zickzack V4 ist damals 2022 im Mai, glaube ich, rausgekommen. Und ja, Zickzack V5, Poisoned Emerald, ist das, was wir jetzt über die letzten Teaser euch immer wieder so ein bisschen angekündigt haben oder versucht haben, so ein bisschen zu sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr sie gleich ingame sehen solltet. Sie sind noch nicht draußen. Ihr seht es im Titel, es wird am 25., also am Freitag um 17 Uhr, werden sie online gehen in den Shop. Das bedeutet aber auch zeitgleich, dass es Zickzack V4 nur noch bis dahin geben wird. Sobald Zickzack V5 draußen sein sollte, wird Zickzack V4 aus dem Shop gelöscht. Nur damit ihr das schon mal gehört haben solltet. Aber ja, ich bin unfassbar stolz, bin unfassbar happy, wie alles jetzt hier am Ende aussieht. Und muss ehrlich gesagt sagen, dass Grün schon echt geil, geil kommt. Wir haben unfassbar schöne Details, unter anderem in den Cosmetics. Ich freue mich, ich freue mich sehr. Ich kann euch auch gleich nochmal alles im Detail zeigen. Wir sind um 20 Uhr verabredet heute zu einem Battle. Wir können heute nicht All-in-Only-Chest spielen. Das werden wir hoffentlich in der kommenden Woche machen. Aber ich habe heute nochmal auf Improvisationskünste das Ganze hier so nochmal organisiert bekommen, dass wir gleich nochmal ein cooles Battle haben. Und hoffen wir mal, dass das geil wird. Bin ich mir aber ziemlich sicher. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr bereit dafür seid, zeige ich euch gerne die Cosmetics in-Game. Es ist, wie soll ich halt sagen, ne? Bro, es ist ein absolutes Fest, die zu sehen. Weil es halt echt einfach richtig, richtig schön aussieht. Ich muss auch erstmal sagen, also diese Einblendung, die ihr jetzt gerade seht, ist auch, finde ich, so unfassbar geil. Das ganze, das gesamte Setting, das, ähm, ja, eine custom erstellte Welt, äh, halt wirklich nur für, äh, für Cosmetics. Ich glaube, was halt vor allem das Geile ist an der Welt, rein theoretisch könnten wir sogar, glaube ich, noch mehr Shots in die Rotation einbauen. Ihr habt ja auch noch nicht mal alles gesehen. Es wird ja natürlich auch dementsprechend ein neues Intro geben. Da sind auch nochmal sehr, sehr geile Shots drin. Und vielleicht kriegen wir in der Art auch nochmal welche hier in diese, in diese Aufnahme. Aber, ja, was ich euch erstmal zeigen möchte, sind, äh, die wunderschönen Cosmetics. Erstmal danke auch an alle Subs. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Toxibra, danke dir für 30 Monate. Leise Art, danke dir für 34 Monate. Boah, ich glaube, dieses grüne Herz nehme ich eher in den Titel. Ich habe jetzt so eine Schlange, aber ich glaube, ich finde das grüne Herz besser. To be honest. Ja, man. Ja, Cosmetics in-Game. Ich zeige sie euch. Ähm, ihr habt es ja schon mitbekommen. Der Name der Cosmetics, nachdem wir die, ähm, Galaxy-Themed-Cosmetics hatten, ist es, äh, diesmal auch ein besonderes, sehr bestimmtes Theme. Und zwar sind wir bei Poisoned Emerald. Das waren auch so ein bisschen die Botschaften, die Hyos-Botschaften an den letzten Teasern. Ich kann sie euch auch gerne nochmal erklären, wie die genau gemeint waren. Aber, ähm, ja, das Ganze sieht in-Game wie folgt aus, dass wir, und, äh, ja, es ist, ach, ich liebe das immer wieder, ne? Ich liebe das halt immer wieder, sozusagen. Ich muss dazu sagen, Texture-Pack ist auch erstmal provisorisch. Ich werde den Custom Sky nochmal ein bisschen schöner machen. Das ist jetzt der V4 Sky nochmal in, äh, Recolored. Ich möchte aber das auf jeden Fall auch nochmal mit einer Schlange machen. Und auch bin ich bei der GUI auch noch nicht zu 100% zufrieden, dass das jetzt alles nochmal ein bisschen spontan entstanden. Denn, aber, was wir hier haben, sind, und da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, denn es ist immer wieder sehr schwer, irgendwelche Sachen zu toppen. Und natürlich, wenn es um Lieblingsfarben oder so geht, dann ist es auch immer sehr subjektiv. Aber nur rein von der Machart und der Qualität der Cosmetics, gerade nachdem wir halt so lange, äh, gewartet haben. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren was rausbringt, ist natürlich auch die gewisse Erwartungshaltung halt ziemlich hoch. Und deswegen haben wir da echt was sehr, sehr, sehr Schönes gezaubert. Und zwar, ähm, ja, ich zeige es euch nochmal sehr schön im Close-Up. Ihr habt es auch, ähm, ja, im Reveal gestern gesehen. Äh, einerseits das Cape, das, ähm, mit dem klassischen Doppel-Z, ähm, aber, falls ihr es auch wieder erkennt, ich glaube, manche haben bei dem V4 das nicht mal, also bei den V4 Cosmetics nicht mal so ganz gesehen. Da war halt auch nochmal extra hier eine 4, da war ja so ein Strich. Und diesmal haben wir halt ein Doppel-Z mit eben der eingebauten 5. Ihr seht die 5, oder? Also, es ist halt eine 5, wenn man, ihr müsst das halt ästhetisch so sehen, ne? Aber es ist eine 5, die wir da auf jeden Fall eingebaut haben. Mit dem Doppel-Z, deswegen zig, zack, zwei Zs, Doppel-Z und halt noch eine 5. Und, ähm, ja, das Ganze ist eben, ähm, ja, Toxic Emerald, ähm, ich sag immer Toxic, warum? Ja, es ist halt auch sehr naheliegend Toxic, aber es ist Poisoned Emerald. Ähm, dass das Ganze sehr Schlangen-themed ist. Wir haben auch unten rechts unsere Schlange, die auch unfassbar schön ist. Generell das Cape, ähm, ich glaube, das erkennt man auch im Detail, dass wir, ähm, sehr Schlangenhautartig den Untergrund, äh, gemacht haben. Hier oben, wenn ich den Nacken mal nach oben ziehe, seht ihr auch zum Beispiel noch weiter, ähm, den Körper der Schlange. Und das Cape sieht halt unfassbar schön aus. Wir haben von unten auch nochmal eine andere, äh, eine andere Textur. Also, das Cape hat an der Seite auch nochmal so einen extra kleinen Übergang. Sieht halt dadurch auch nochmal unfassbar schön aus. Aber wenn ihr jetzt auch nochmal, und ich glaube, da achten sehr viele von euch drauf, ähm, wenn ihr mal auf die Flügel achtet. Einerseits ist die Flügelform unfassbar schön. Die Flügel sind nochmal größer geworden. Noch einmal mächtiger, was ich richtig geil finde. Aber ihr erkennt auch, denke ich mal, ich weiß nicht, in welchen Winkel ich das am besten euch zeigen kann, ähm, ihr erkennt den Schlangenkopf, oder? Wenn ihr jetzt, ihr seht den Schlangenkopf oben. Also, das, was nach innen führt, ich kann gerade nicht mehr eine Maus drauf zeigen, aber ihr seht den Schlangenkopf, äh, mit den giftigen Zähnen und dem aufgerissenen, äh, Maul. Ihr seid unfassbar schade. Also, das ist so unfassbar krass. Also, ich glaube, ihr versteht, es muss nicht eure Lieblingsfarbe sein. Und ich verstehe, dass Leute sagen, okay, ja, Lila hat mir besser gefallen, Blau hat mir besser gefallen, Rot hat mir besser gefallen. Aber rein nur von der Machart ist das halt wirklich, wirklich unfassbar krass. Also, da hat Ken, äh, unfassbar gezaubert. Und, äh, was dieses Jahr auch nochmal, also dieses Mal sehr besonders ist, ist für mich auch das Cape. Denn das Cape hat auch nochmal eine komplett neue Custom-Form bekommen. Und greift noch einmal das gesamte Schlangen-Theme auch nochmal auf. Also, wir haben eine Schlange, die sich, ähm, auch in die Tiefe, ähm, um die, äh, um das, äh, Schild eben so wickelt. Und dadurch hat auch nochmal, äh, unfassbar schön aussieht. Was habe ich gesagt? Ich meinte Schild. Ja, ja. Schild. Also, ihr seht auch hier, das steht auch zum Beispiel so ab. Es ist halt unfassbar geil geworden. Welches hat dir am besten gefallen? Ich glaube, das hier wäre meine neue Lieblings-Cosmetics. Also, ich sage, äh, Bro, ich freue mich einfach so sehr, einerseits auf einen Tapetenwechsel, einerseits auf einfach was Neues so zu sehen. Und, ähm, ja, das ist ein absoluter Traum. Das ist ein absoluter Traum. Also, es sieht so unfassbar schön aus. Und, ähm, ich habe auch einen neuen Skin. Wobei ich auch sagen muss, der Skin ist natürlich sehr ähnlich zu dem lilanen. Aber ich finde, dass mir Grün sehr gut, also, ich finde, dass mir Grün sehr gut steht. Also, ich finde, dass der Skin mir unfassbar steht. Also, ja, vielleicht farbentechnisch. Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut. Nicht in dem, ich will es nicht zu grell haben. Und, äh, ich finde es eigentlich sehr geil. Zu viel mit den Ärmeln. Meine alten Ärmel waren aber auch lila, ne? Also, das, äh, beim alten Skin war das ganz genauso. Also, ähm, meine Hose ist nicht mehr so kariert. Und wir hatten bei dem lilanen Skin hier, äh, das, was ich drunter hatte, war schwarz. Ja. Deswegen, also, ja, wir können auf jeden Fall einen, ähm, wir könnten rein theoretisch auf jeden Fall wieder einen Skin Contest machen. Aber ich bin schon mit dem Skin eigentlich sehr, sehr, sehr happy. Ich bin ehrlich, mit dem Sky eins zu viel. Naja. Ähm, ich finde so ein, also, ich finde es mit dem Sky richtig, richtig geil. Also, ich, äh, bin in love. Ich finde es sehr geil. Ich finde, es soll auch ein bisschen zu viel sein. Ähm, wie gesagt, das Texture Pack ist auch noch vorübergehend. Also, äh, ich glaube sogar Totem ist, äh, noch die alte Textur. Oder beziehungsweise noch gar keine Textur. Ich werde Texture Pack noch ein bisschen machen. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass wir vielleicht sogar heute on streamen nochmal ein bisschen in Texture Pack weiterarbeiten. Ähm, das ist jetzt erstmal nur temporär. Und, ähm, ja. Hier auch nochmal die Ansicht vom, äh, Shield, wenn man es so nochmal in der PUV hat. Auch unfassbar geil. Ähm, ja, Mann. Es ist, äh, es ist ein Traum. Ich bin super, super happy. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wenn ihr sie dann ingame haben könnt. Wie zufrieden ihr damit sein werdet. Wie gesagt, ähm, Freitag. Freitag, 17 Uhr, wenn sie released. Am 25. Und, äh, ja, Mann. Da wurde gekocht. Da wurde definitiv gekocht. Schotti, danke dir für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön. Kiongi, danke für den 2-Monter-Resub. Iox, danke für die 1000 Bits. Ziehen wir mal bitte die Elytra an. Ähm, ne, die Elytra ist noch nicht eingearbeitet. Deswegen, äh, kann ich euch das noch nicht zeigen. Äh, wenn ich die Elytra jetzt anziehe, ähm, ich habe jetzt hier aktuell eine vorübergehende Testversion auch noch von den Cosmetics. Deswegen funktioniert das, äh, gerade nicht mit dem, ähm, mit der Elytra. Ja, das Schöne ist, sollte ich, ähm, Level bekommen und wir haben irgendwie im Texture-Pack, dass, dass wir das in dem Texture-Pack nicht mit der Zahl editiert bekommen, ist es im Grün jetzt auch wenigstens immer richtig. Die EP-Bahn in der Mitte. Das ist euch bei zweieinhalb Jahren Zickzack V4 ehrlich gesagt auch kaum aufgefallen. Das ist tatsächlich die Textur aus V4. Recolored. Aber ja, das können wir natürlich auch nochmal anfassen. Wirst du dann diesmal Hungerkeulen machen? Ich muss es testen. Es sieht meistens nicht so gut aus. Also ich bin meistens nicht so zufrieden damit. Und Happy Gamer, danke dir für den Verschenken-Zack. Ich finde es unfassbar geil auch, ähm, wenn wir so in grünen Biomen sind, ne? Wenn jetzt hier so ein Wald ist und so, das sieht halt unfassbar sick aus. Das sieht halt unfassbar geil aus, weil sich halt alles in dem Theme gerade so anpasst. Das sieht so unfassbar, unfassbar schön aus. Henry, danke dir für deinen sechs Monate Resub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Muss dein Raum auch noch grün machen? Ne, ich habe meine Lichter hinten immer noch in pink. Wenn ich sie auf grün stelle, sieht das nicht schön aus. Also das Licht, äh, was so pink gemacht wird, sieht besser aus. Wenn ich jetzt hier grün reflektiert werde, sieht das nicht so geil aus. Äh, Alina, danke für 14 Monate. Veko, danke für 22 Monate. Dankeschön. Ich finde es so unfassbar geil, ihr wisst gar nicht, wie stolz und heavy ich darüber bin. Einfach, ähm, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass, äh, es fertig ist. Also, dass wir halt wirklich an dem Punkt sind, dass, äh, alles ready ist und, ähm, ja, Mann. Die Leute, die, by the way, schreiben Zickzack vor 5 und so weiter, haben wohl gestern das Video nicht gesehen. Vielen lieben Dank an alle Leute, die das Video gestern schon gesehen haben. Es ist ein unfass, also unfassbares Feedback. Wir haben eine halbe Million Aufrufe nach 24 Stunden. Das ist sehr, sehr krass. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall gestern nochmal sehr viel Spaß mit dem langen Video, mit dem Film. Wir haben da sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit reingesteckt. Das war auf jeden Fall eine große Aktion, äh, halt 24 Stunden da sich in diese Welt zu schmeißen. Es ist ja vor allem auch nicht nur einfach 24 Stunden irgendwie so ein bisschen halt spielen, sondern es ist halt auch so eine Stunde angeln oder zwei Stunden angeln oder meinetwegen acht Stunden angeln, vergehen halt ein bisschen langsamer, weil es halt sehr, weil es halt sehr easy, dass einfach, also das Gleiche ist. Die XP-Bar als Schlange würde hart kommen. Ja, ähm, ich habe ja auch schon sehr lange schon viele Texture-Packs gemacht. Oder seit vielen Jahren. Das Problem ist, ähm, das wird ein bisschen schwierig, da eine Schlange reinzubekommen, dass das halt erkennbar ist. Kann man alles probieren. Es ist wie gesagt nur eine vorübergehende Texture-Pack-Sache. Ähm, denn, also das erkennt ihr allein einfach nur daran, dass das einfach noch V4-Overlays sind. Aber ja, beim Texture-Pack werde ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen ransetzen. Äh, vielleicht auch sogar on-stream, dass wir on-stream nochmal ein bisschen was machen. Also, dass wir on-stream mal ein bisschen Texture-Pack-Edit machen. Back to the Roots. Und dann gucken wir mal. Kevins Reaktion zu Zickzack V5. Oh, jetzt zeig mal her. Ich denke schon, bitte sagt er, ey, Kevin, bitte, bitte. Egal. Grün. Yo. Das war gestern, by the way, der Reveal im Video, falls ihr den nicht gesehen haben solltet. Boah, Fett. Basti, falls du das hier siehst, ich will eine umsonst haben. Danke. Ja, kriegst du. Einmal das ganze Set umsonst, bitte. Okay. Okay. Das ist geil. Dieser Anblick, der sagt eine Menge aus. Und zwar... Äh, das sieht geil aus. Gefällt mir. Grün. Ja, wir haben hier auch beide eine neue Szene. Das haben die Leute am Anfang vom Stream gesehen. Ähm. Es ist alles so unfassbar schön, Leute. Es ist so eine unfassbare Ästhetik. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das alles fühle, ne? Es ist ein absoluter Traum. Äh. Es ist so schön. Ja, ansonsten, ähm, wir hatten ja in den letzten Videos viele Teaser. Und ich weiß, dass viele Leute auch, ähm, dahinter gekommen sind. Und ich glaube, auch sehr viel Spaß hatten beim Rätseln. Ich hab halt onstream extra immer nichts gesagt, weil ich's halt immer sehr, sehr viel cooler finde, ähm, ruhig zu sein und eben euch mal machen zu lassen. Das, ähm, war sehr, sehr cool, dass ihr da so mitgeraten habt. Und ich glaube, das war auch eine sehr interessante Schnitzeljagd. Ich glaube, bei diesem Video hatten wir angefangen. Da hatten wir, ähm, Teaser Nummer 1. Was ist zuletzt geschehen? Wo Leute halt auch in den Chat so kamen, hä, was ist denn da los passiert? Was soll denn das sein? So, keine Ahnung, was ist los? Und, ähm, da haben wir erstmal halt super viele Leute auch vermutet. Und ich glaube, Leute sagen halt immer noch, dass das halt ein Drache ist. Und ein Auge eines Drachens. Ähm, ja. Das ist kein Drache. Das ist eine Schlange. Das ist das Auge einer Schlange. Ähm. Ähm, ist natürlich naheliegend, dass man auch denken könnte, dass es ein Drache ist. Aber, ähm, man sieht ja auch nochmal ziemlich, ne, gut, die Struktur auch der, der Schlangenhaut. Und wir haben hier auch noch die alte Farbe von, ähm, Zickzack V4. Ähm, also wir haben ja noch hier das, ähm, das, äh, Pink. Das Lila, ne? Und, ähm, das sollte der erste Teaser sein. So, ähm, in Richtung, es geht was los. Und, äh, dann hatten wir weitergemacht mit... Den hier haben wieder die Schlange gezeigt. Und, ähm, dann gab es auch nochmal zusätzlich ein paar mehr Informationen. Ähm, und zwar hatten wir unter anderem ein Ei. Und, äh, ein paar fleißige Augen haben auch auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gespottet. Denn es waren hier noch ein paar mehr Informationen, ähm, zu sehen. Wir hatten nämlich, äh, unter anderem in der Videobeschreibung auch nochmal was versteckt gehabt. Wie eben aber auch, ähm, ich glaube, ich kann es euch mal... Es ist leider ein bisschen schade, dass es über die YouTube-Qualität nicht so gut zu sehen ist. Aber wir hatten in einem Frame auf diesem Ei eine 5 eingeblendet. Diese 5 hat eine doppelte Bedeutung. Unter anderem für Zickzack V5, logischerweise. Aber eben auch, ähm, um ein Rätsel zu schaffen. Denn in diesem kleinen Mini-Teaser, ähm, gab es eine Stelle. Und zwar diese hier. In denen, da muss man halt, by the way, sehr gut drauf achten, ein Morse-Code eingeblendet ist. Dieser Morse-Code hier oben ergibt, ähm, Description. Description, das heißt, man sollte in die Videobeschreibung gucken. Und in dieser Videobeschreibung habt ihr einen zu entschlüsseln Code. Gut, da haben sehr viele Leute, ähm, was ich, also, ja, einfach halt geschrieben. Ja, ich hab's mal, ich hab's mal in Chat-GPT gepackt. Und der hat mir gesagt, das ist ein Cäsar-Code. Und da unten steht, das und das. Und das ist halt so ein bisschen schade, ja. Aber, ähm, wenn man's halt nicht über Chat-GPT oder so gemacht hat, kann man herausfinden, dass man, ähm, hier einen Cäsar-Code hat. Bei dem Cäsar-Code funktioniert das so, dass man, äh, die Buchstaben, beziehungsweise die, äh, Zeichenreihenfolge um 5 verschieben muss, um ein neues geschriebenes Wort oder einen neu geschriebenen Code, ähm, zu entziffern. Hier hatten wir auch nochmal im Teaser nicht nur eine 5, sondern auch nochmal einen Pfeil nach rechts. Ähm, der war aber eigentlich gar nicht so unbedingt notwendig, weil viele Leute schon einfach auch so drauf gekommen sind, dass wir, ähm, hier was versteckt haben. Das, was hier am Ende versteckt war, ist die Seite vom Minecraft-Wiki zu Poison. Einfach nur zu Poison. Da haben sehr viele Leute daraus abgeleitet, dass es mit dem, ähm, Farbcode was zu tun hat. Okay, ja, wir wissen, dass es jetzt auf jeden Fall dieser genaue Farbcode sein soll, vom, äh, vom, äh, vom, ähm, sag schon, vom Poison-Effekt. Das, ähm, sollte es nicht sein. Ähm, warte, ich suche es kurz raus. Das sollte nicht der Hint sein. Ähm, weil ich glaube, wir haben hier, hier haben wir, äh, die Farbcodes. Also der Farbcode hat damit nichts wirklich zu tun und ich glaube, das ist jetzt auch seit gestern bekannt. Poison ist einfach nur die eine Hälfte der Cosmetics und des Cosmetics-Themes. Wir sind ja bei Poison-Emerald und deswegen haben wir Poison. Als erstes, ähm, ja, schon mal etwas konkreteren Hinweis. Und, ähm, man weiß auch schon, dass es in Richtung Grün gehen soll. Ähm, was wir dann beim nächsten Video hatten, das war beim Vampir, war noch einmal ein bisschen mehr. Wieder Schlangauge, dieses Mal in Grün. Äh, äh, dann haben wir die Schlange um das Ei und diesmal musste man das Ganze sich reinziehen mit Sound. Denn... Das, was ihr da gehört habt, das ist halt auch jetzt nicht unfassbar schwer, aber ich finde es trotzdem halt einfach schön. Äh, das, was ihr dort gehört habt, diese Zeichenabfolge ist ein Morse-Code. Wir haben wieder ein Morse-Code. Und, äh, das ergibt ein X. Ein X. Was das X bedeuten soll, haben auch, denke ich mal, viele Leute direkt gecheckt. Und zwar einfach, ähm, Twitter X. Und wenn man auf mein Twitter-Profil gegangen ist, ich habe mittlerweile das wieder geändert, ähm, war dort ein neuer Morse-Code versteckt. Und dieser Morse-Code, ähm, hat eine Minecraft-Snapshot-Version ergeben. Ich glaube, 12w, 32b. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie hieß. Ne, 21b, ne? Und, ähm, bei 12w, 21b, ähm, wenn man das halt einfach gegoogelt hat, also ich glaube, Minecraft-Leute wissen halt, dass das ein Snapshot ist. Und, äh, wenn man das gegoogelt hat, kommt man aufs Minecraft-Viki. Und da gibt es eine Information. Und zwar ist das halt ein relativ uninteressanter Snapshot, in dem nicht viel passiert ist, was ganz gut war. Aber es war ein Snapshot zu 1.3.1, ist uralt. Und damals wurde die Textur vom Emerald finalisiert. Und zwar wurde da der Emerald grün. Ähm, ja. Es wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn der Emerald vorher pink gewesen wäre, weil dann hätte es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber hier sollte es einfach nur darum gehen, dass der Smaragd final mit der richtigen Form in grün in das Spiel gekommen ist. Und wir haben die zweite Hälfte des gesamten Themes. Wir hatten davor Poison, jetzt eben Emerald. Deswegen Poisoned Emerald. Und ich finde, wie gesagt, den Namen auch. Ich finde Poisoned Emerald halt sehr, sehr cool. Weil, ähm, ich finde es cool, dass wir einen direkten Bezug auch irgendwie zu einem Item haben. Und, ähm, es ist halt sehr geil. Ja, es ist halt basically Zickzack V3 zu Zickzack V5. Ähm, was jetzt hier nochmal ein lustiger Zufall ist, das war so an sich nicht geplant, ist, dass das Release Date der 25. Mai 2012 war. Und wir sie jetzt halt auch an dem 25. releasen. Aber darauf, ähm, ja, das war einfach nur Zufall. Das war ganz cool. Aber das Release Datum, ähm, ist, ähm, ja. Ist, ähm, Zufall. Ja, und dann hatten wir auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich will ja eben auch, ähm, logischerweise jetzt auch dementsprechend, äh, promoten. Und in dieser Promotion-Phase befinden wir uns jetzt, dass ich halt mit den Cosmetics ingame rumrenne. Und, äh, ja, dann hatten wir halt gestern in diesem besonderen Video Es gibt ein neues Zickzack V4. Den Final Reveal. Zickzack V4. Das ist halt auch krass. Es ist 2018. Also, ich war der erste deutsche Partner mit einem Zickzack V4. Es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, es gab ein oder zwei Capes überhaupt im Badline-Store. Also, ich war einer der aller, aller, allerersten vor, äh, sechs Jahren, die damals einen Cape gemacht haben. Das war noch eine ganz andere Zeit. Das war noch so, keine Ahnung. Es war, ähm, es war sehr lustig. Es war, es war, es waren andere Zeiten. Es gibt ein neues. Und dann hat sich das halt auch wieder so weiterentwickelt. Zickzack 2.0. Bitteschön. Zickzack V3. Zickzack V3. Hat schon wirklich sehr phänomenal gut waren. Wollten wir nochmal mit V4 komplett abreißen. Ja, und ich glaube, ähm, ich glaube, man versteht so ein bisschen, dass ich nicht einfach random während einer Challenge im Stream sage, ähm, ja, übrigens, die neuen Cosmetics, die werden grün. Ja, ja, wir machen die grün. Ähm, es ist doch so viel cooler, wenn wir so eine Schnitzeljagd machen, wenn wir so eine schöne Aktion machen, langsam anfangen zu teasern, hin und her. Und das, äh, generiert halt am Ende ein, finde ich, ein viel, viel größeres Interesse an der ganzen Sache und gibt dem Ganzen auch die verdiente Aufmerksamkeit, die sie ja auf jeden Fall auch verdient hat. Und, ähm, ich will mich an der Stelle nochmal auf jeden Fall bei, äh, Ken und TJ bedanken, die unfassbare Arbeit geleistet haben, die, ähm, super, super geil das Ganze gemacht haben. Ähm, wir saßen ja jetzt auch am Ende, also das war es auch Ken, wir saßen sehr, sehr lange daran. Ich kann es euch auch ehrlich sagen, also, es war an sich geplant, Zickzack V4 eigentlich zu CraftHack11 zu releasen. Jetzt releasen wir es vor CraftHack12. Aber, ja, gut, es sind halt mittlerweile zweieinhalb Jahre. Ähm, das ist, ähm, ja. Ja, hat alles sich seine Zeit genommen und deswegen versteht ihr, glaube ich, auch ganz gut, warum, äh, mir das sehr am Herzen hängt und sehr am Herzen liegt. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, ich bin, ich kann voll verstehen, dass wir hier über was sehr Subjektives reden, wenn es um die Lieblingsfarbe geht, wenn es darum geht, ähm, boah, meine Lieblingscosmetics waren V3, weil ich Rot am meisten gefeiert habe. Aber ihr müsst halt auch eine Sache einfach beachten, dass rein nur von der Qualität der Machart diese Cosmetics wirklich ein neues Level setzen und ich mich jetzt davor schon graule und ich will noch nicht darüber nachdenken, was zu V6 passieren wird. Keine Ahnung, ähm, V5 ist einfach nur qualitativ auf einem neuen Level. Das ist etwas, was wir so in der Art und Weise noch nie gemacht haben und, äh, hat nochmal alles getoppt. Und das war das Ziel. Das Ziel war, etwas zu erschaffen, wo Leute sagen werden, ja, okay. Also, wo Leute nicht sagen werden, ja, okay, das ist halt V4 ein bisschen gerecolert, halt andere Farbe. Das haben Leute teilweise von V3 zu V4 gesagt, wo ich mir so gedacht habe, Bro, guck dir die Cosmetics bitte mal richtig an. Aber hier ist es halt nochmal, ähm, ja, nochmal eindeutig, eindeutig. Ähm, wir hatten zwischendurch, das war halt auf jeden Fall, also, ich finde es einerseits auch einfach sehr, sehr geil, wie groß diese Flügel sind. Die Flügel sind halt wirklich nochmal mächtig, also mächtiger. Äh, wenn ich jetzt hier so lang laufe, ich finde, das sieht schon nach einer gewissen Erscheinung aus. Wir hatten zwischendurch auf jeden Fall auch Versionen. Kann ich euch mal zeigen, ähm, wo wir wirklich mit dem Gedanken gespielt haben, ähm, die Cosmetics ein bisschen größer zu machen. Aber das dann auf jeden Fall auch, äh, erstmal wieder verworfen haben. Aber hätte man machen können. Wartet. Ähm, boah, ich bin, aber bei dem, Anyway, es ist noch nicht vorbei, ne, ihr habt noch nicht alles gesehen. Es kommt noch ein Intro auf euch zu, das, ähm, neue Maßstäbe setzt. Hier. Das war nochmal eine andere Skin-Version. Stell dir mal vor, ich würde einfach mit denen so rumrennen. Bro, die sind halt ein bisschen sehr mächtig, aber es ist, glaube ich, die richtige Größe. Das wäre ein bisschen too much. Alright. Wir werden angerufen, denn es ist 20 Uhr und wir gehen rein ins Metal. Aber, ja, danke, dass ihr euch das noch alles mit angeguckt habt. Es wird eine geile Aufnahme. Ich denke, ich werde heute mit Kevin team. Okay, ja, und dann heißt es... Was passiert hier gerade? Ah, ja, ja. Yo, Basti. Yo, yo, yo. Basti, alles Gute. Ey, Basti, Basti, Basti. Yes, ist dein Geburtstag. Glückwunsch zu den neuen Cosmetics. Danke. Ey, Basti, ich möchte die neuen Cosmetics umsonst bekommen. Ich brauche die, ich brauche die, Basti. Ich brauche die, Basti. Ich kaufe mir die neuen Cosmetics. Nee, sie sind ja noch nicht drauf. Ich kaufe mir die nicht. Ich kann sie euch noch nicht geben. Ich werde sie nicht benutzen, wenn sie nicht geschenkt werden. Ja, ich schenke ich euch. Ansonsten werde ich die von Hugo benutzen. Ja, kriegt ihr. Sieht aus wie Scheiße. Mach nicht, mach nicht. Okay. Ähm, ja, aber ich kann sie euch jetzt noch nicht ingame geben. Ja, easy. Wann kommt ihr los? Samstag. Äh, nee, Freitag. Kommt dann. Oh, fresh, fresh. Also bei Crafty Tech können wir die schon benutzen. Könntest du sie uns geben? Ganz genau.